Solaris Lüftungssystem Der Luftkollektor wird in die Fassadendämmung integriert. Die Luft wird durch einen Ventilator angesaugt und strömt von unten in den Kollektor. Bei Sonnenschein, aber auch bei Bewölkung, wird durch die Sonnenstrahlung die Luft im Kollektor erwärmt. Der Kollektor wird direkt am Mauerwerk befestigt und in die Wärmedämmung integriert. Die Außenluft erwärmt sich beim Durchgang durch den Solarkollektor und wird anschließend direkt oder durch einen kurzen Luftkanal in der Dämmung in die Wohnung eingeblasen. Da die warme Luft stetig am massiven Mauerwerk vorbeiströmt, erwärmt sich dieses. In der Nacht wird die Speicherfähigkeit des Mauerwerks genutzt, um die kühle Zuluft vor dem Einblasen in die Wohnung aufzuwärmen. Der Abluft wird über einen Kreuzstromwärmetauscher die Energie entzogen und auf die Zuluft übertragen. Die Zuluftmenge ist dabei variabel und wird der Luftmenge, die über den Kollektor eingeblasen wird, angepasst. Dadurch kann ein überdurchschnittlicher Wirkungsgrad erzielt werden. Über eine prozessorgesteuerte Regelung kann das Lüftungssystem dem Nutzerverhalten ideal angepasst werden. Die notwendige 24 Volt Stromversorgung wird montagefreundlich über die Außenwand zugeführt. Das komplette Lüftungssystem, bestehend aus Kollektor und Wärmetauscher, ist in die außenliegende Wärmedämmung integriert. Die erwärmte Luft wird in die Wohnküche eingeblasen. Durch die Absaugung der Wärmetauscher im WC und Bad strömt die frische Luft durch den gesamten Flur. Die jeweilige Zuluft der Wärmetauscher wird im benachbarten Raum eingeblasen. Dadurch wird ein gesamtes Stockwerk belüftet. Eine kontrollierte Lüftung ist heutzutage immer wichtiger, da die Häuser aus energetischen Gründen luftdichter werden. Zur Schimmelvermeidung ist es wichtig, dass die Feuchtigkeit über Lüften aus dem Haus gebracht wird. Für diese Aufgabe eignet sich sehr gut das Sun Air Lüftungssystem. Daneben der automatischen Belüftung, das Gebäude mit Sonnenwärme geheizt und zusätzlich gedämmt wird. Mit einem Quadratmeter Kollektor lassen sich im Jahr ca. 40 Liter Heizöl durch Sonnenenergie einsparen. Die Dämmfähigkeit des Kollektors entspricht dabei der Dämmstoffstärke des Gebäudes, die mindestens 14 cm betragen sollte. Die Montage wird vom zertifizierten Stuckateurbetrieb im Rahmen der Dämmarbeiten ohne Beeinträchtigung für die Bewohner durchgeführt.